Herr Landeshauptmann, im Namen der Militärmusik Burgenland den besten Glückwunsch zu deinem Geburtstag. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, von Seiten des Militärs in Burgenland, von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag, viel persönliches Glück, viel politischer Erfolg, Zufriedenheit und weiterhin dürfen wir mit deiner Unterstützung für das Bundesheer im Sinne der Sicherheit für alle Burgenländer und Burgenländerinnen ersuchen. Ich wünsche Ihnen, Herr Landeshauptmann, weiterhin so viel Kraft und Engagement, um für unsere Burgenländer weiterhin das Beste zu bewegen. Ja, Koalitionspartner Landeshauptmann Hans Nistl hat heute seinen 65. Geburtstag und ich freue mich schon, ihm ein tolles Geschenk überreichen zu dürfen. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, lieber Hans, zu deinem Geburtstag, zu deinem 65. Geburtstag, an einem besonderen Geburtstag, darf ich dir weiterhin so viel Glück und Erfolg, aber vor allem Gesundheit wünschen. Du machst deine Aufgabe als Landesvater großartig. Ich bin stolz, dass ich in deinem Team mitarbeiten darf. Alles Gute, ein herzliches Glück auf für die nächsten Jahre. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, vom ganzen Team Hotel Burgenland wünsche ich Ihnen das Allerbeste, viel Gesundheit und Glück. Herzlichen Glückwünsche. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, lieber Hans, das Bezirksvorwehrkommando Martersburg und ich als Bezirksvorwehrkommandant des politischen Bezirks Martersburg wünsche dir zu deinem 65. Wiegenfest am Sonntag, wo du ja feierst, alles, alles Gute, viel Gesundheit und Gottes Segen und würden dich bieten weiterhin auf so eine gute Zusammenarbeit wie bisher und dass deine Türen in der Landesregierung für die Burgenlandischen Vorwehren und für das Bezirksvorwehrkommando weiterhin so geöffnet sind. Auch das ganze CCM-TV-Team wünscht Landeshauptmann Hans Niesl alles Gute zum Geburtstag. Gesundheit, Glück und weiterhin so viel Energie wie bisher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017